Ja, liebe Freunde, Sustainable Goals, Nachhaltigkeitsziele, das sind Zielvorstellungen, die von den Vereinten Nationen formuliert worden sind, 17 an der Zahl, die eines gemeinsam haben, sie klingen alle sehr gut, sie klingen alle sehr sozial, richtige Wohlfühlbotschaften werden da verbreitet. Ich kann es kurz aufzählen, keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, hochwertige Bildung, Geschlechtergleichheit, sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, bezahlbare, saubere Energie, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sollen für alle zur Verfügung stehen. Weniger Ungleichheiten, was immer das bedeutet, nachhaltige Städte und Gemeinden, nachhaltiger Konsum und Produktion, Maßnahmen zum Klimaschutz, Leben unter Wasser, Leben an Land, Frieden, Gerechtigkeit, starke Institutionen, Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Naja, das klingt ja alles wunderbar. Nur, wie sollen diese Ziele einmal erreicht werden, abgesehen von inhaltlichen Problemstellungen, die da sicher auftreten werden, wie sollen die erreicht werden? Das Schlagwort hier lautet Supranationalität. Supranationalität ist das, was wir jetzt in der EU erleben, wo eine komplette Entmündigung der Staaten stattfindet, wo Gesetzgebung, Vollziehung ausgelagert wird, wo auch ein Teil der Gerichtsbarkeit ausgelagert wird, wo innerstaatlich der Mensch keinen Bezug mehr hat zu staatlichen Institutionen. Vor allem deshalb nicht, weil er irgendwie merkt, dass die ohnehin schon kaum mehr etwas zu sagen haben. Denn was hat denn der österreichische Gesetzgeber schon viel zu sagen? Der setzt einfach EU-Verordnungen um zum Großteil. Vollzogen wird EU-Recht. Die Rechtsprechung ist auch mehr oder weniger am Gängelband der EU, eben aufgrund der Gesetzgebung, die wir haben. Ja, eine komplette Entfremdung. Und die Grundrechte auf nationaler Ebene sind dann ebenfalls Fehlanzeige. Weil diese eigenartigen Grundrechtskataloge, die wir da haben, in der EU und auch im Rahmen der EMRK, die sind schwer umzusetzen und bieten schwer den Menschen einen nahen Rechtsschutz, der irgendwo greifbar ist, wo ich das Gericht auch sehe, innerstaatlich, wo ich auch eine gewisse Kommunikationsbasis habe. Das habe ich hier alles nicht mehr. Es soll eine komplette Aushöhlung der staatlichen Strukturen stattfinden. Das ist das, was man gemeinhin jetzt unter Great Reset versteht, unter all diesen Agenten, die hier propagiert werden, Agenda 2030, das so wird es im Bereich der Vereinten Nationen bezeichnet. All dies soll stattfinden. Liebe Freunde, diese Ziele, so her sie klingen mögen, werden auf diese Art und Weise nicht erreicht werden. Es wird zu katastrophalen rechtlichen Zuständen kommen. Es wird zu Zuständen kommen, die für das menschliche Leben absolut nicht geteiligt sind. Eine völlige Entrechtung und einen nicht gegebenen Grundrechtsschutz. Bitte nachdenken bei all diesen Dingen, die man da so hört. Sie sind nicht für die menschliche Existenz geeignet und sie werden nur das Gegenteil von dem bringen, was intendiert ist, wenn es überhaupt intendiert ist. Also beabsichtigt in diesem Sinne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017